ich begrüße als folge yokai watch 3 letzten paar tagen wir hier mit erika den wundervollen yokai wotspappe kennengelernt ja wer ist ich weiß jetzt aber ich mega cool ist halt eine pappe die scheinbar ja whatsapp hat er so man jetzt sollen wir mit usapion an einer ja hätte erika auch machen sollen an einer stelle hier scheinbar reden im café oder was machen wir gleich so ein bisschen mit leuten was ist so geil wie die kamera schwenkt und ja wir uns ein bisschen was erzählen und ich bin gespannt was erzählen möchte man könnte ich eigentlich schon wieder zurück irgendwie oder irgendwo anders oder so wahrscheinlich gar nicht egal ich mache das was das was er möchte deswegen gehen wir jetzt hier zum laden und games da rein hier zum tisch scheinbar was will usapion erzählen also wie gesagt eigentlich bin ich hier weil ich nach einem gewissen dog hase suche und dafür brauche ich deine hilfe dog hase wie zu erwarten von einem weltraum nerd natürlich weißt du bescheid ich habe den namen schon mal gehört irgendwo vielleicht was weiß der welt dog hase ist die kapazität im bereich der raumfahrtechnik niemand kennt das weiß ich auch nicht so wirklich jedenfalls muss ich den dog wiedersehen ich muss einfach darum möchte ich informationen von den yokai landshausen sammeln und dazu brauche ich hier keine freunde aber es fällt mir nicht leicht freundschaften zu schließen und warum kommst du dann zu mir ich habe gar kein talent dazu weil ich geschichten gehört habe von einem menschen der sich mit vielen jokern freunden kann das ist aber der falsche mensch und warum hast du den nicht gefragt heute ich habe die ganze verflixte stadt abgesucht aber egal ich habe dich getroffen da stand vor den sternen also die ufo kai watch gesehen hast du leuchtet deine augen wie die docks wie die des docks ja weil sie dachten dass das mit raumfahren zu tun hat so ist das so nun ich kann euch ja verstehen hey bevor du ausredest es gibt da jemanden den treffen solltest ich kann mich erinnern dass das halb wuchsteufels wild warst oh mein gott die figur von der limitierten auflage keine zeit zu reden wir müssen doch finden das ist meine meinung aber schnell geändert vor allem doch finden müssen wir eben schnell handeln los im ernst Lass uns die figur pur das kostkaffee und das supermietzenthalos absuchen ähm ich glaub nicht dass doc hases solche orte besuchen würde doch doch bestimmt wir werden ihn dort nur finden Erika immer langsam in den jungen pferden wieso denn Opsapion Jokai sind hier überall ich sollte lieber beibringen wenn man kämpft nur für den Fall des noch so kleinen Problems oder Kampfs So Jokai hat sein eigenes ausstarkes Talent ja ich weiß Vader Modus Wie geil ist das denn? Oh Mann So ja ich weiß Kampfminikarte Okay Oh wow das ist nämlich mal komplex Und übrigens meine Fähigkeit ist der Raider Modus Cool cool das ist ja mega genial aber wir müssen ja jetzt den Doc suchen Oh du hör mir wer ist das im Ansatz zu Warum denn es ist doch gut für dich irgendwie wenn sie jetzt hier so mega abgehen würde und alles absuchen möchte Okay gehen wir ins Kostcafé Übrigens ich mag es sehr sehr gern Das war jetzt auf dem äh auf dem Boden auf dem Touchscreen Die ganzen ähm Sachen stehen hat zum Beispiel was hier jetzt hier der Laden ist Also der jemand da mag zum Beispiel Und das war glaube ich in Jokai Watch 2 auch schon so Aber äh ja Ist halt jetzt hier in Jokai Watch 3 auch der Fall Und ich finde das sehr praktisch Gibt es hier irgendwas cooles? Ich habe eh kaum Geld deswegen Kauf ich gar nichts erstmal Äh nein Tschüss Äh ja ich finde das sehr praktisch Und mein 3DS leuchtet Habe ich ein Ladekabel irgendwo? Moment ähm Das war ein bisschen uncool Ab eins Sag hinter mir warum auch immer Moment ich muss einmal ganz kurz einstecken Das ist grad wichtiger als der Part Weil sonst geht das 3DS aus und dann können wir alles nochmal spielen hier Und das wollen wir natürlich nicht So Gut Dann gehen wir ins Kostcafé würde ich sagen Und gucken wir mal ob wir den Doktor finden können Ich bin gespannt Und wir hier schönes Bild machen Okay rein da Hier ist das Oder Ja Jetzt bin ich gespannt So Ich schrie das mal an Bevor ich mit der Frau drehe Für mich dasselbe bitte Ja Ich nehme die Liebe Spaghetti Liebe Spaghetti So Candy Alles klar Das ist interessant Oh Gott was bist du denn für einer Marcy Was zum Teufel Ist das Kostüm so eng oder was Ist das so toll hier Alles klar Wir sagen ja auch nur Jungs scheinbar Wahrscheinlich gehen ja auch nur Jungs hin Weil hier halt die Mädchendienerinnen sind und so Also Also Kellnerin meine ich Willkommen zurück meine Dame Dankeschön Schauen wir mal Wie immer Die Dienstmädchen Kostüme Hier sind echt absolut schickste Die schicksten Hier ist doch Kase anscheinend nicht Doch wo bist du Ich kann mich noch gut an unser Treffen im Hasenstall erinnern Was hatte ich bei den Hasen zu suchen Ich fordere auch so anders Okay Kein Wunder was niemand für mich interessiert hat Sich niemand für mich interessiert hat Als Freak Hey du hast ja früher ausgesehen wie Mirko Mirko Also draußen war das eine schöne Zukunft Doch wo bist du bloß Ich werde die Suche nach dir niemals aufgeben Niemals Okay Haben jetzt ein bisschen was zu seiner Backstory erfahren quasi Das ist ja vom Doc damals gerettet wurde wie auch immer Warum soll man sich in die Seitengasse rein Ramschgasse Jetzt kommen ja auch die Asten Die Neusche Yokai Was gibt's dir für welche Schließt sich einer vielleicht mir an Aufbleibar Was zum Teufel seines für Yokai So was kannst du für Äh Nen Dings Was hat man es Äh Dings Du siehst Wie kann ich ihn jetzt reinigen Okay einfach so Was Wie geil das denn Hier gibt's ja echt komplett neue Sachen Komplett neue Muster irgendwie Na schade Hat nicht mehr geklappt jetzt aufzusammeln Oha das gewonnen geht jetzt da oben hin sehe ich gerade Oder es ist nicht mehr so in der Mitte des Screens Sondern es geht nach oben Voll die Änderung im Vergleich zu Coach 1 Die mal auffällt Oha Was geht's da ab Aber irgendwie ist der Lade Screen immer so ein bisschen lang Aber wahrscheinlich geht's einfach daran Dass ich halt noch den uralten ähm 3Ds habe Kann ich mir gut vorstellen So Häschenstrahl Sehr schön Dann Hau jetzt mal rein Hoffentlich Sehr gut Ich hätte auch nichts dagegen Dass ich irgendeinen Jokai mir anschließt Ein anderer Und What's Pappel bekommt Level 4 Sehr schön Und was ist hier jetzt zu untersuchen Kann ich auch Weiter Ich könnte ja auch weiter Aber Hä Warum denn wenn ich hier was untersuchen kann Coolio Hallo Sayona Amora Du bist aber groß heute Osapion Schau mal Das ist echte Handwerkskunst Sieht ganz so aus Als wäre Doc Hasen nicht hier Doc Backstory Wir teilen seit wir uns kennen Einen Traum In einen Sternen zu greifen Du warst also im Grunde Ein Versuchskanin Für Weltraumforschung Falsch So war das nicht Wir waren die besten Freunde der Doc und ich Sobald seine Augen aufleuchteten Wusste ich Wir können alles schaffen Darum muss ich ihn wieder sehen Ich finde es spannend Also Usapion Im kampf mitkämpft und Whisper für Nathan zum Beispiel nicht Dafür hat Nathan Ich bin Aber irgendwie ist das Ein bisschen komisch Kann das wirklich sein Dass er Doc nicht hier ist Warum sollte er auch in seiner dämlichen Gasse voll nur Zeug hier sein Egal Unten ist Whisper Hätte ich dann auch einen eigenen Laderscreen für Erika machen können So und hier ist ein Automat Gibt es die gleiche Sachen wie den Jukwajsch 1 Ne Doktor Rapper Rapper Wie auch immer Also haben wir mal neue Ja Erika Nora Alles klar Alles klar Jetzt haben wir den Supermates im Theater oder? Wurde ja vorhin schon gesagt Ach Okay Dann gucken wir mal Ich mag die Musik voll gerne Aber die ist einfach so Die ist irgendwie cool Du Schwachkopf Verschwende nicht vor Aufregung Deiner ganzen Energie Mit dem ich schon mal geredet glaube ich Als es schon mal kurz hier war Oh das ist Jupp Den kenne ich aus dem ersten Teil auf jeden Fall Den haben wir damals schon mal gesehen Definitiv So Ist ja auch das gute alte Lenzhausen Okay Und mit dir so Ach ja das ist klar Was haben wir jetzt hier spannendes Genießen Sie diesen Augenblick sterblicher Das ist eine einmalige Gelegenheit Das preisgekrönte Ausfälle Der einzig wahren Supermietze Katja Selbst ein wahrer Nerd wie ich Muss anscheinend die Popkultur inhalieren Und Katja ist so süß So schwand Wiesem Charme muss man äh Erliegen Doc hase sich leider nicht Doc Ich werde den Tag an dem wir uns treffen nie vergessen Shibi Ich mache dich zum glücklichsten kleinen Haus der ganzen Welt Siehst du da oben jenseits der Sterne Dort gibt es grenzenlose Möglichkeiten Du wirst der Erste sein der sie sieht Du wirst meine Augen im Weltall sein Also ja er hat sich als Versuchskaninchen missbraucht oder Ich war kein Versuchskaninchen Ich war ihr mein wahrer Freund Und mit halten ein Traum Irgendwas stimmt hier nicht Was würde ein Mann mit dem Kopf und den Sternen in so einer Gegend machen Das kann nur eines bedeuten Hm Schade dass wir den Doc nicht gefunden haben Hm Doch verzage nicht Du sagst ja Ich suche an Aspagon Aber für heute ist sie vorbei Zeit heim zu gehen Wow Das ja War Nicht wirklich erfolgreich Aber okay Meint ihr so Okay Oh man Ich bin auf Ups angekommen Bei dir so Okay Oh man Das ist alles hier echt Nerds Oh Sorry Tut mir leid Ich wollte eigentlich noch ein bisschen leben und nicht überfahren werden Und sie freut sich Und du sagst mir das traurig Weil sie ihn dort nicht gefunden haben Ah Heute habe ich auch viel vom Norddeck gesehen Ich wusste es doch Du hast nur herumgeplödelt Ich Ich Nein sie ja nicht Ich war so ernst wie etwas sehr ernstes Natürlich Übrigens ich habe mal auf twitter nach ähm Ihre mutternamen gesucht Sailor Äh Phantasia Hieß es doch glaube ich Und den gibt es wirklich Ist irgendein ich glaube spanischer account gewesen Zwar mit ph Und nicht mit f aber existiert Und er hat auch Erikas profilbild Das heißt Äh Hat sich wahrscheinlich wer nach ihr benannt Sailor Phantasia Ja Ich war eben dort Wo ein gleichgesinnt Wie der dog sein könnte Die süßen sailors könnten seine absoluten liebigen serie sein Soweit ich weiß Wieso Ich sollte Und er macht mir den Wiener Moritz an Ja Es tut mir leid Es tut mir leid Es tut mir leid Oh man Und die Frau kommt da hinten zu Wie Erika vor irgendwas weg rennt Was ich gar nicht sehen kann Ist auch witzig Und jedenfalls Wie wurdest du überhaupt vom Dock getrennt? Das sind ja nicht die besten Freunde Das war Das war ein Unfall Die Rakete ist während des Antriebstests explodiert Und ich war eine Rakete Also bin ich gestorben Und so zum Yokai geworden Oh nein Der Dock hat die Verantwortung dafür übernommen Und das Labor verlassen Da habe ich ihn selbst gesehen Ich war bereits ein Yokai und allein Aber dann habe ich das Gerücht gehört Dass er hier in den 1.000 wäre Und er hat sogar noch seine Erinnerungen Wie auch die Bandian an Amy So ist das also Ich muss ihn noch mal sehen Nur einmal Okay Und dann gehen wir zu Nathan Das ging schnell Die kriegen immer noch Alles klar Ah, alle Steaks werden großartig Kein Fleisch, kein Leben Lass das Barbecue beginnen Los geht's Barbecue Und alle feiern es Auch die Mutter Die im letzten Part noch das war Ja, aber Mein Gemüse Es gibt ja auch noch Gemüse So geht's Achso Es kommt über sowas Oh Gott Das werde ich bestimmt wieder verkacken Okay 20 Äh 20 Hacken sind es jetzt aber nur Sieht gut aus So, das war nur okay Verdammt So viel zu essen So viel zu essen Ah, nicht nur okay Warum? Wow, lecker Das ist aber deutlich einfacher Als das vom letzten Mal Weil halt nicht so Viel auf einmal Hier ist so viel Ringe Auf einmal Jetzt Ist es so wieder Toll Gewesen gerade Ah, nein Jetzt hab ich letztes Mal verkackt Super Weil ich nicht mehr wusste, welcher zuerst angefangen hat Idiot Eiskolben Dankeschön dafür Ah, das ist okay Das ist voll okay Oh, die Musik Sieht so aus, als wären wir satt Ich werde dann die Teller wegräumen Ich bin mehr als satt Ich platze gleich Danke Der beste Griff ist aller Zeiten Ne Und die Beine die auf dem Tisch Er kann seine Gabel in mich piekse Ich bin durch Wirst du nur mit einer Trägheit durch Wir sollten ein neues Kapitel aufschlagen Wisst ihr, ich habe mir wegen unseres Umzugs irgendwie Sorgen gemacht Aber wenn alles weiter läuft, wovor sollte ich mich fürchten Du musst dich wirklich von nichts fürchten Nathan Nicht mit einem Yokai Butler wie Whisper an der Seite Und einem sehr sehr komischen Bild Nein, das ist der Grund unserer Sorgen Wie war das? Oha Hey, hey, hey Ganz ruhig Leute Egal, die USA ist ab jetzt unser Zuhause Nathan Die USA ist Das heißt, die USA sind Grammatikfehler entdeckt Und das ist viel Amerika Yokai Also freuten wir uns mit möglichst viel an Ja, das machen wir Und es steht nichts im Weg Amerika Yokai bereitet euch gut vor Sehr schön Und das war das erste Kapitel direkt Aber warum hat man das jetzt Warum gab es dafür einen Wechsel? Dass sie nur noch vorne noch dranhängen können Egal Es gibt Neuigkeiten Bezügliches Docs Echt? Welche? Wo ist der? Ähm, er wurde wohl in ein Krankenhaus in der Innenstadt eingeliefert Ins Krankenhaus? Geht es ihm gut? Ist er krank? Was für den Doc? Das weiß ich nicht Das steht hier nicht Steht hier nicht? Dann denkst du, wir können zum Doc gehen? Ich konnte noch nicht mal das herausfinden Trotz aller Bemühungen Was? Aber das ist das erste Suchergebnis Was zum Himmel? Herr Doc scheint uns unter deinesgleichen sehr beliebt zu sein Ich gab nur Doc Hase Aufenthaltsort ein Und hatte das Ergebnis Du meinst es war so einfach Also war all die Arbeit Letztendendlich sinnlos Was? Oh, Sapiens Please Ähm Es ist auch nicht mehr weg zu Nathan, oder? Wer ist das? Was? Was bist du? Oder ein Yo-Kai oder? Weil das sind so Yo-Kai PCs Also das Da haben wir ja gerade gesehen Das sind so monitore Im Hintergrund so ein Yo-Kai Zeichen war Wie auch was Papel tendieren Jetzt ist alles wo es sein soll Wer ist das? Ist der böse? Ich würde sagen Ich würde sagen Das ist gut Weil Er gesagt Das ist alles wo es sein soll Dann hat er die Yo-Kai Watches von Nathan und Eric gezeigt Und hat gesagt Ja, okay Guckt mal hier Es sind Yo-Kai Watches bei ihren rechtmäßigen Besitzerquale so in der Richtung Ich weiß es nicht Nun kann ich meine Hände in den Schoß legen Wer ist das? Munkler Wegen dieser nächsten Y-Akte Willst du wissen was meine Meinung ist, Skepti? Nicht wirklich Jetzt darfst du entscheiden mit welcher Geschichte es weitergeht Ja, meine Geschichte in den USA Oder meine Geschichte in Lenzhausen Die Wahl liegt bei dir Also entscheide dich Ich kann mich einfach nicht entscheiden Sind Entscheidungen nicht wundervoll? Was auch immer Komm schon, wir haben Arbeit zu erledigen Oh Also kann man jetzt entscheiden mit welchen Kapitel man weitermacht Was finde ich spannend? Ich hoffe man kann alle Kapitel von allen Charakteren machen Also Dass man weiterhin hin und her wechselt Äh Ich habe eigentlich Bock auf Erika Weil mich interessiert was jetzt hier abgeht Ja Also kann jederzeit gewechselt werden Das heißt ich kann jetzt jederzeit zu Nathan wieder wechseln Ja? Und da seine Geschichte weiter spielen Ich finde die Musik grad voll schön Du wirst der Erste sein, der sieht Äh Der sie sieht Im Weltall wirst du als mein Auge dienen Er schlägt im Bücherregal oder was? Er schlägt im Bücherregal oder was? Doch Raus den Federn Erika Ja Guten Morgen Usapion Und gute Nacht Steh auf, hörst du? Wir müssen doch finden Es hat auch Zeit Ich muss erstmal frühstücken Wenn du weiter im Bett bleibst, passiert auch nichts Steh jetzt auf So bin ich auch Usapion Ich wäre genauso Eine Rakete voll Hoffnung Kapitel 2 Okay, ich bin bereit, los geht's Oder auch Zeit Oh, aber eins noch Ich muss noch mein Horoskop lesen Hör auf, deine Zeit zu verschwenden Wir müssen jetzt los Wir wissen nicht mal, wo wir bei unserer Suche beginnen sollen Doch im Krankenhaus Hm, ich hab's ja gestern schon gesagt Wir müssen im Krankenhaus in der Impfstadt sein Weil du online etwas herausgefunden hast, muss es nicht stimmen Stimmt auch wieder Ist es zumindest ein Anfang im Gegensatz zu dem, was du gefunden hast, oder? Naja, ich Usapion, sieh mein Horoskop an Ist es fantastisch? Vertraue mir heute einfach und alles ist großartig Mir bleibt aber keine Wahl Aber Horoskopen traue ich kein bisschen Hm, komm, schnell los jetzt Auf in die Innenstadt Ich traue Horoskopen auch nicht Aber okay Dann werden wir zum nächsten Part dann Oder im nächsten Part dann Zur Innenstadt gehen würde ich sagen Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein Bis nach einer neuen Schau Auf Wiedersehen Tschüss Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal